Trifft einen gegnerischen Spieler mit drei unterschiedlichen Waffen, also besorgt euch drei unterschiedliche Waffen, zum Beispiel ein Sturmgewehr, eine Schrotflinte und eine MP, sucht euch danach einen Gegner, trefft jetzt diesen Gegner mit drei verschiedenen Waffen, also in meinem Fall jetzt Sturmgewehr, Schrotflinte und MP. Sobald ihr den Gegner mit drei Waffen getroffen habt, habt ihr die Aufgabe erledigt.